Hallo, die Fliegergruppe Donsdorf heißt euch herzlich willkommen auf dem Flugplatz Messelberg, einem der vielleicht schönsten Flugplätze Süddeutschlands. In diesem Video wollen wir euch einen Überblick geben, wie ihr bei uns so landet und wieder startet, dass weder ihr noch wir Ärger bekommen. Ihr wisst schon, Lärm und so weiter. Wir zeigen euch in dem Video die Anflüge und die Abflugrouten für beide Start-Lande-Richtungen und geben euch auch ein bisschen Zusatzinfos zum Flugplatz, zur Infrastruktur und so weiter. Wir haben auf dem Messelberg eine Südplatzrunde in 3100 Fuß. Sowohl im Westen als auch im Osten gibt es Ortschaften, die nicht überflogen werden dürfen. Im Westen haben wir Donsdorf und im Südwesten die Kuchalp und im Osten Schnittlingen. Südlich der Platzrunde gibt es eine ganze Reihe von Windkraftanlagen, die kann man überfliegen und ausreichende Höhe. Wir würden aber empfehlen, drumherum zu fliegen. Wir haben die entsprechenden An- und Abflugrouten zwischen den beiden Windkraftanlagenfeldern hier mit eingezeichnet. Im Norden des Platzes haben wir die Segelflugplatzrunde. Die ist für den Motorflugbetrieb natürlich off-limits, für die Segelflieger natürlich nicht. In der Nähe des Platzes gibt es auch Gleitschirmflugbetrieb. Zum einen quasi am Westende der Segelflugplatzrunde am Hang. Die halten sich auf jeden Fall nördlich der Bahn auf, das heißt die Motorflugplatzrunde ist davon nicht betroffen. Und es gibt südwestlich der Kuchalp, ganz am linken unteren Rand der Karte, Windbetrieb für Gleitschirme. Das solltet ihr beim Abflug aus der 2.7 quasi im Querabflug aufpassen. Wir haben auch eine Ultraleichtplatzrunde, die noch mal erheblich kleiner ist und in nur 2800 Fuß liegt. Dies solltet ihr aber nur verwenden, wenn ihr mit wirklich langsamen, leichten ULs oder Trikes zu uns kommt. Die modernen, heute schwerpunktmäßig verwendeten ULs sollten die ganz normale Motorflugplatzrunde verwenden. Zur Situation am Boden. Wir haben eine 600 Meter lange Asphaltbahn, die wir für den Motorflugbetrieb auch empfehlen würden. Südlich davon haben wir eine Grasbahn, die von Spornradflugzeugen und vor allem von Segelflugzeugen verwendet wird. Die Rollwege oder der Rollweg ist südlich der Grasbahn. Wir haben sie 0.09 und der 2.7 sind dann eben auch südlich der Grasbahn. Also bitte nicht auf der Grasbahn Roll halten vor dem Start, weil da eben zwei Segelflugzeuge landen und nach der Landung nicht nur die Asphaltbahn verlassen, sondern eben auch nach Süden die Grasbahn auf den, in Anführungszeichen, Rollweg. Unsere Abstellflächen sind vor der Halle. Wir bitten darum, Fremde, Vereinsfremde möglichst weit im Osten abzustellen. Wir haben es eingezeichnet, damit der Zugang zur Halle nicht blockiert wird. Zum Bezahlen der Landegebühr geht ihr natürlich offiziell auf den Tower. In der Praxis bietet es sich an, das in der Kneipe zu machen, denn da gibt es mehr Wechselgeld und da könnt ihr dann auch gleich einen Kaffee holen. Ja und bevor wir uns dann mit den spezifischen Anflügen beschäftigen, sei natürlich noch erwähnt, dass alles, was wir in diesem Video hier erzählen, ausschließlich zu Informationszwecken dient. Es gilt natürlich die AIP. So, jetzt zu den Anflugvideos. Wir beginnen mit der Landung auf der 27. Wir fliegen von Süden her in die Platzrunde entlang des eingezeichneten Pfeils zwischen den südwest- und südöstlich liegenden Windkraftanlagenfeldern hindurch, drehen dann nach den Windkraftanlagen, da wird so ein kleiner Schweinemastbetrieb nachher im Video zu sehen sein, drehen wir nach rechts in den Gegenanflug Richtung Schnittlingen vor dem Ort, da sind wir dann noch vor einer Straße, drehen wir nach links auf ein kleines Waldviereck zu, in den Queranflug und dann in Bahnverlängerung logischerweise in den Endteil auf die 27. Jetzt im Video. So, wir kommen von Süden Richtung Platzrunde, auf der rechten Seite die Windkraftanlagen. Links sehen wir sie nicht, die sind unter dem quasi Spiegel, unter der Kauling. Wir sehen rechts unten den Schweinemastbetrieb, den Bauernhof, wir drehen nach rechts Richtung Osten, in der Ferne die Ortschaft Schnittlingen. Wir sehen links den Flugplatz und halten uns knapp nördlich der Windkraftanlagen. Das Video ist übrigens Faktor 2 beschleunigt, damit es schneller geht. Wir sehen links dieses kleine, über dem Spiegel haben wir links dieses kleine Waldviereck gesehen. Vor der Straße, die wir auch langsam auftauchen sehen, drehen wir nach links, mehr oder weniger über das kleine Waldviereck in den Queranflug. Die Ortschaft Schnittlingen lassen wir rechts von uns liegen und drehen dann in passender Höhe in den Endteil auf die 27. Hier gibt es eigentlich nichts weiter zu beachten, außer dass man bei starkem Südwind-Einschlag im kurzen Endteil ungefähr hier dann ein bisschen Turbulenz hat und mit dementsprechend ein bisschen schneller anfliegt oder ein bisschen länger landet. So, jetzt zum Abflug auf der 27. Start über die Hangkante und dann relativ zeitig nach der Hangkante auf jeden Fall vor Donsdorf, wir haben da den weißen Bereich hier eingezeichnet, nach links in den Querabflug und dann über Unterweckerstelle der Ortschaft im Tal entweder direkt aus dem Querabflug abfliegen, ein bisschen östlich halten, um nicht über Kuchalp zu fliegen oder in den Gegenabflug und dann zwischen den beiden Windkraftanlagenfeldern nach Süden wieder raus. Die gleiche Route, die wir schon reinwärts in die Platzrunde geflogen sind. So, wir holpern vom Rollhalt 27 auf die Bahn und Gas. Hier gibt es eigentlich nichts weiter zu beachten. Hier in dem Wäldchen bei Südeinschlag haben wir Turbulenz und dann natürlich über der Hangkante bei Westwind rumpelt es ganz schön und oder geht ganz schön hoch. Wir drehen dann zeitig nach links, wie gesagt vor Donsdorf, das da vor uns auftaucht. Wenn wir links runter gucken, sehen wir dieses kleine Dorf unter Weckerstelle. Das Dorf ist vielleicht auch übertrieben. Wir fliegen da raus, Querabflug und dann wieder nach links, auch wieder nördlich der Windkraftanlagen in den Gegenabflug. Wir sind inzwischen auch in der Höhe, wo wir oberhalb der Windkraftanlagen fliegen und dann wieder über den Schweinemastbetrieb nach Süden zwischen den beiden Windkraftanlagenfeldern aus der Platzrunde rausfliegen. Ja, Anflug 09, wie gehabt, wir fliegen durch die beiden Windkraftanlagenfelder hindurch, drehen dann nach links in den rechten Gegenanflug auf die 09, drehen dann wieder über Unterweckerstelle, über den kleinen Dorf da, das wir gerade schon beim Abflug gesehen haben, nach rechts in den Queranflug zur 09 und durch den dann eben in den Endteil. Da haben wir natürlich die Alpkante unter uns. Ein sehr schöner Anflug, aber da gibt es bei entsprechendem Ostwind auch ein ziemlich massives Lee. Das solltet ihr beachten, weil ihr wollt hier auf die Bahn kommen und idealerweise wollt ihr auf die Bahn kommen ohne nochmal Vollgas zu geben, weil das macht Lärm und das wollen wir alle nicht. Wir kommen wieder von Süden, die Windkraftanlagen rechts und links von uns, diesmal sehen wir beide, wir fliegen genau über den Schweinemastbetrieb und nach den beiden Windkraftanlagenfeldern drehen wir quasi um die Windkraftanlagen links in den Gegenanflug zur 09, fliegen dann über den Hang hinaus. Es bietet sich an, da über den rechten Flügel zu gucken und wenn wir ungefähr auf Höhe dieses Bergs da hinten sind, der jetzt gelb raus scheint, dann nach rechts drehen. Das passt dann genau, dass wir eben über die kleine Ortschaft Unterweckerstelle und noch vor, also östlich von Donsdorf in den Queranflug drehen. Die Bahn dann rechts von uns und wie gesagt, bei stärkerem Ostwind ist der Anflug an der Stelle deutlich steiler. An dem Tag war nicht so viel Wind und die Perspektive täuscht auch ein bisschen wegen Weitwinkel. Und wir fliegen dann hier vor, wie gesagt, hier ziemliches Lee bei starkem Wind. Hier an der Stelle gibt es dann oft so ein bisschen Turbulenz und Fahrtverlust und dann eben landen. Ja, zu guter Letzt Abflug auf der 09, wir starten in Richtung 09 und drehen dann natürlich vor Schnittlingen auch wieder über dieses kleine Waldvieh-Eck, das wir hier an der Spitze des Pfeils da sehen oder am Anfang des Pfeils, drehen wir in den Queranflug und drehen dann entweder an der Abzweigung zum Gegenabflug nach Südosten direkt schräg hinaus, Windkraftanlagenfeld und Schnittlingen vermeiden, oder wir drehen eben nach rechts in den Gegenabflug und fliegen dann zwischen den beiden Windkraftanlagenfeldern über den inzwischen wohlbekannten Schweinemarschbetrieb nach Süden aus der Platzrunde aus. Das gucken wir uns im Video an. Wir stehen am Rollhalt 09, außerhalb der Grasbahn, südlich der Grasbahn, auch noch vor dem Weg, vor der Straße, die bei Flugbetrieb gesperrt ist, holpern auf die 09, drehen nach rechts und geben Gas. Hier gibt es eigentlich nichts weiter zu beachten. Heben ab, fliegen Richtung Schnittlingen und wir sehen so halb rechts schon dieses kleine Waldvieh-Eck auftauchen, vor uns Schnittlingen, die Ortschaft, die wir logischerweise nicht überfliegen. Drehen dann ungefähr über dem Waldvieh-Eck nach Süden, nach rechts, im Prinzip auf den Turm zu und drehen dann eben entweder kurz vor dem Turm links nach Südosten weg oder gehen eben jetzt, wie hier gesehen, nach rechts, quasi in den Gegenabflug. Da wären wir jetzt direkt für den Gegenanflug. Und dann nach links über den hier nicht sichtbaren Schweinemarschbetrieb zwischen den Windkraftanlagenfeldern aus der Platzrunde raus. Zum Abschluss noch ein paar Worte zur Infrastruktur am Platz. Wir haben wie viele Flugplätze eine Gaststätte am Platz, die vom Verein betrieben wird. Dort gibt es Speisen, Getränke, oft leckere, selbstgemachte Kuchen, Kaffee und so weiter. Schönen Gastraum, eine schöne Terrasse zum bei schönem Wetter draußen sitzen und einen Spielplatz für die Kinder. Alles mit Blick auf die Bahn, da kann man schön Zeit verbringen. Außerdem gibt es bei uns den Albtrauf, der wirklich schöne Aussichten und auch schöne Sonnenuntergänge produziert. Da kann man wirklich schön wandern und Zeit verbringen. Wenn ihr ganz viel Glück habt, ist unser Fotograf am Platz, wenn ihr kommt. Und insbesondere, wenn ihr mit einem schönen Flugzeug anfliegt, stehen die Chancen gut, dass es ein paar tolle Erinnerungsbilder gibt. Ansonsten freuen wir uns auf euch. Bis bald auf dem Messelberg. Erinnerungsbilder Untertitelung des ZDF, 2020